An alle Verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA Foxtrot. Die Russen brechen den Angriff ab. Wir schlagen sie in die Flucht. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarovs Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Reis, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir fassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarov, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Juri, ex-Spesnas. Der Einzige, den ich kenne, der Makarov noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. Russische Kampfhubschrauber kommen über den Kamm. Wie viele sind es? Drei Herbox und vier. Nein, fünf MI-17. Kommandos seilen sich ab. Ein Schützenteam rauf aufs Dach. Juri, Juri, hier rüber. Wir müssen Sorg zum Hubschrauber bringen. Was ist das? Tu, was immer der Mann sagt! Juri, geh auf den Balkoninstellung. Wir müssen dem Arzt Zeit verschaffen. Behalte den Hof im Auge. Sie sind in den Hof eingedruckt. Alle ausreiten! Wir müssen sie aufhalten, bis wir Sound bewegen können. Wir brauchen Schütze aus den Dächern. Noch mehr Umkommung von Westen. Wir müssen sie aufhalten, bis wir Sound bewegen können. Der Doktor hat sie nicht. Juri, wir brauchen deine Hilfe. Juri, hier rüber. Gib ihm die Sprinze. Sie sind auf dem Dach. Wir müssen Sorg zum Hügel bringen. Juri, du bleibst bei mir. Sorg zum Hügel bringen. Der Hof ist gesichert. Russische Drohne über uns! Wir sind in der Unterzahl. Wir brauchen mehr Feuerkraft! Es gibt ein Waffenlager am Stadtrand. Dort haben wir eine Fahrzeugdrohne. Dann versuchen wir damit zum Buchschrauber zu kommen. Feuer einstellen, Zivilisten! Auf die Wandrohne achten! Nikolai, zurückbleiben und zurückstützen! Wir richten die Seite! Wir müssen es auch hier aufholen! M.G. Schütze auf dem Balkon! Ausschalten! Wolle sind! Wolle sind an, Schlaf! Wolle sind an, Schlaf! Wolle sind an, Schlaf! Die Drohne kommt zurück! Die Drohne kommt zurück! Die Drohne kommt zurück! Der Kabel ist da, entlang! Die Waffen sind im Gebäude direkt geradeaus! Es sind zu viele zwischen uns und dem Hubschrauber! Nikolai, wir brauchen sofort die Fahrzeugkode! Schön ist es geschafft! Durch das Gebäude! Juri, hier nach! Geh rein! Wir sehen ihn! Halt! Hier ist es! Los, rein! Die Fahrzeugdrohne ist in einer Kiste! Direkt unter Ihnen! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Dein Job, Juri! Nikolai, wie ist Soaps Zustand? Sehr schlecht! Wir müssen ihn hier rausbringen! Juri, mach einen Weg zum Heli frei! Wir sind direkt hinter dir! Die Minigun durchschlägt sogar Wände! Die Minigun durchschlägt sogar Wände! Die Minigun durchschlägt sogar Wände! Die Minigun durchschläftig ein paar Besuche und zieht's und verstoßen hinter. Seine Wecke! Die Fihilis runter! 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 Das war's. Da ist er! Da ist Juri! Gut, wir brauchen ihn. Wir schnappen uns mal Chaos. Wer zum Teufel ist denn Juri? Wer zum Teufel ist?